Das skandalträchtige Bonner Konferenzzentrum, kurz WCCB, soll unter Regie der Stadt bis Anfang 2015 fertiggestellt werden. Die erste große UN-Klimakonferenz mit tausenden Teilnehmern könne dann im Juni 2015 stattfinden, sagte Bonds Oberbürgermeister Jürgen Nimmsch am Donnerstag bei einer Besichtigung des Baus im ehemaligen Regierungsviertel. Wir haben jetzt einen Ratsbeschluss zur Fahrgabe von 70,7 Millionen Euro. Das sollte reichen. Nun kennt man Baustellen, wo man im Laufe des Prozesses merkt, dass es da noch Nachbesserungsbedarf gibt. Wir hoffen, dass das hier nicht eintritt. Also 70 Millionen müssen reichen. Für den Weiterbau steuern neben dem städtischen Eigenanteil der Bund 14 Millionen Euro und das Land Nordrhein-Westfalen weitere 3 Millionen Euro bei. Der Bau des WCCB musste wegen eines spektakulären Finanz- und Betrugsskandals mit Insolvenzen ausländischer Privatinvestoren vor viereinhalb Jahren gestoppt werden. Die Stadt übernahm das Prestigeprojekt 2012 als alleiniger Eigentümer und stellte nach langem juristischen Gezerre die Weichen für den Weiterbau. Der WCCB-Bau ist bereits zu etwa 70 Prozent fertig. Einige Mängel müssen beseitigt und aufgrund neuer Auflagen etwa zum Brandschutz muss nachgerüstet werden.